Halb sieben, in 60 Minuten auf den Punkt gebracht. Das ist Thomas. Er ist Steuerberater und sucht ein Veranstaltungsformat, um sich in aller Kürze und ohne PowerPoint zu informieren, und dabei interessante Menschen kennenzulernen. Und außerdem will er später noch die Tagesthemen sehen. Thomas hat nach einem langen Arbeitstag keine Lust mehr auf 100 Seiten PowerPoint, egal wie spannend das Thema auch ist. Aber zu einem kurzweiligen Vortrag würde er schon gehen. Die beste Lösung für Thomas' Problem ist Halb sieben von Herrn Versadi. Die Veranstaltung startet um halb sieben und ist spätestens um halb neun vorbei. Passt, oder? Thomas ist begeistert und findet alles bei halb sieben, was er sucht. Die Veranstaltung findet in München statt. Es gibt kein PowerPoint, es gibt interessante Referenten, laufend aktuelle Themen und er kann unkompliziert sich mit Gästen im Anschluss vernetzen und er ist spätestens um 10 Uhr zu Hause. Passt. Thomas ist seit seinem ersten Besuch bei halb sieben begeistert. Er hat bisher unter anderem einen Pfarrer, Arzt, Vorstand, Unternehmer referieren gehört. Und er hat schon einige nette Menschen kennengelernt. Perfekt. Melden Sie sich kostenlos an, um beim nächsten Mal bei halb sieben dabei zu sein. Genießen Sie einen Vortrag ohne PowerPoint und interessanten Referenten. Er hat schon eine Nicole an, um beim nächsten Mal bei halb sieben dabei zu sein. Vielen Dank.